So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, ich sitze gerade so da mit Janiya und Hannes, ne. Und wir gucken gerade die Kevin Steen DVD aus der CZW, Combat Zone Wrestling, wer das noch kennt. Plötzlich sehe ich beim Arenen machen, da ploppt was auf. Teil 1 des Halloween Events, ne. Die News sind da mit Mega Barnett und haufenweise Bom-Bom-Boni steht hier. Wir wollen mal kurz gucken, was es da Neues gibt. Welchen neuen Pokémon oder Shinies oder was für tolle Sachen uns erwartet. Das Bild sieht auf jeden Fall genial aus. Da ist das Mega Barnett zu sehen in der Mitte. Ihr habt Galamakabaya daneben überall rumfliegen. Ihr habt FM, wo ich mir denke, was FM? Vermehrt in der Wildnis? Bom-Bom sammeln? Das wäre doch genial. Vielleicht sogar Shiny. Oh mein Gott. Schauen wir einfach mal. Wir lesen uns mal genau den Text durch, damit wir auch nichts verpassen oder durcheinander bringen. Trainer macht euch in diesem Jahr auf eine gigantische Halloween Party gefasst, bei der kein geringeres Pokémon als Mega Barnett sein Pokémon Go Debüt in Mega Raids gibt. Genau wie im letzten Jahr ist das Halloween Event in Pokémon Go zweiteilig. Dabei haben wir Süßes, wie eine Spezialforschung rund um Halloween, aber auch Saures, wie ein Remix der schaurigen Musik aus Lavandier für euch auf Lager. Und wie immer erscheinen natürlich viele wilde Geist-Pokémon. Ja, Mega Barnett, für mich interessant. Ein Raid machen, entwickeln und dann immer, wenn es kostenlos ist, wiederentwickeln, so gefühlt. Oder beziehungsweise zwei Raids machen. Gibt ja momentan immer noch zwei Pässe, weil ich muss ja wieder männlich-weiblich machen, aber ob das jetzt so extrem sinnvoll ist, dieses Pokémon, ich meine, wir haben immer noch Mega Gengar. Ich glaube, das bleibt weiterhin Top 1, gerade bei Geistangreifern oder so. Teil 1, 20. Oktober. Jetzt ist der 13. Szene, wo ich das gerade aufnehme. Donnerstag, 20. Oktober, 10 Uhr. Bis Donnerstag, 27. Oktober, 10 Uhr. Also eine Woche, Teil 1, Event. Mega Barnett macht einen reiserischen Auftritt, gibt sein Debüt in Mega Raids und wie immer, kann der Mega Raid auch shiny sein. Bisher jedes Mega Pokémon, was im Raid war, konnte shiny sein. Ich sage zu den Leuten immer, macht keine Despotar Raids im Dreier. Wenn ihr einen shiny sucht, die gibt es nicht. Ihr müsst Lavita fangen, shiny und das durchentwickeln für einen shiny Despotar. Oder ihr wartet auf den Mega Despotar Raid und dann kann das Despotar shiny sein, was ihr fangt. Jetzt also auch so. Es kann natürlich beim Fangen shiny sein. Ist aber jetzt kein Pokémon, was man unbedingt aus einem Raid ziehen müsste, aber für die Mega Energie kann man vielleicht ein oder zwei Raids mitnehmen. Es wird eine befristete Forschung geben. Zusätzlich zur Spezialforschung für alle Trainer könnt ihr während des Events auch Tickets für befristete Forschungen im Shop erwerben. Hm, sie verkaufen Tickets. Das ist ja ganz was Neues. Ticket für 1 US-Dollar. Ihr könnt ein Ticket für eine befristete Forschung erwerben, für deren Abschluss ihr Makabaya und Gala Makabaya begegnet. Okay, eine Begegnung mit Makabaya und Gala Makabaya. Klingt erstmal nicht so brutal, aber wenn ich so die Sea Days denke, da kosten die Dinger auch 1 Euro und da kriegst du eigentlich relativ gute Items geboten, wo ich jedem sage, einmal im Monat für einen Sea Day kann ich mir das schon leisten, möchte ich mir das auch leisten. Es gibt aber noch ein zweites Ticket, nämlich für 5 US-Dollar. Ihr könnt ein Ticket für eine befristete Forschung erwerben, die einen erhöhten Bonbon-Bonus und zusätzliche Halloween-Aufgaben beinhalten. Für den Abschluss der Forschung erhaltet ihr eine Avatar-Pose. Heißt also, ihr könnt euch für 5 Euro eine Pose kaufen. Und jeder, der die Pose hat, wisst ihr, ach, der hat reingecached. Ja, ich glaube, die zwei Forschungen sind nicht dazu da, das Spiel sonderlich zu bereichern, sondern wohl doch, um einfach noch ein bisschen Geld zu machen. Es kam ja letztens erst ein Riesenbericht, dass die Umsätze von der Yentec immer weiter zurückgehen, immer weniger Leute spielen, immer weniger Leute noch Coins kaufen und aufladen, weil auch das, die Boxen immer mieser werden, die Preise immer schlechter, alles immer komischer. Und jetzt bringen sie sowas, das habe ich eigentlich auch noch nicht erlebt bei so normalen Events, zwei verschiedene Tickets nochmal, dass du dann das bekommst und das. Also es gab mal damals diese Pandifrost-Forschung, okay. Aber wie ihr gesehen habt, ihr habt Pandifrost ja dann später auch nochmal, als in der freien Forschung so bekommen. Zweimal musste man also nicht. Es wird euch da nichts entgehen. Diese Pose wird es aber wahrscheinlich nur hier geben. Also wer wirklich auf Posen steht und alles im Spiel haben will, muss wohl diese 5 Dollar bezahlen. Ihr könnt eines der Tickets oder beide kaufen, und die Aufgaben der befristeten Forschung unterscheiden sich je nach Ticket. Die befristete Forschung läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst von Dienstag vor Dienstag, dem 1. November, die Aufgaben abgeschlossen haben. Ihr könnt Tickets erwerben und an Pokémon-Go-Freunde verschenken, mit denen ihr mindestens super Freundes seid. Das kennt man ja alles. Ein Kauf mit Pokémon-Münzen ist nicht möglich. Also wird also wahrscheinlich wie ein CD-Ticket sein, dass ihr da mit Google Play Guthaben oder sowas bezahlen könnt. Das wird die Pose sein, die man kriegt. Die schauen sich hier um mit einer Laterne. Ob die dann auch so schön leuchtet. Sieht ja ganz cool aus, aber wenn ihr jetzt schon eine Lieblingspose habt, braucht ihr nicht die unbedingt. Ihr könnt eh nur eine anlegen. Irgendwann verstaubt die eben in eurem Inventar. Wilde Pokémon, kommen wir mal dazu. Das ist eigentlich das Wichtige. Wilde Pokémon, die folgenden Pokémon können wild vermehrt erscheinen. Daraus hinaus mit etwas Glück zum ersten Mal auch Gala Makabaya in Shiny. Und was direkt auffällt, ich sehe gar keinen Gala Makabaya in Shiny bei den wilden Pokémon. Ihr habt Zubat, Nebulak, Alpollo, Weberak, Kramurx, Traunfugil, Zubiris, Schubit, Zwirklop, Absol, Driftlon, Makabaya, Gol, Bild, Baragoni, Irbis. Ja, Nebulak, geht immer, Alpollo, haben wir auch jetzt erst die Rampenlichtstunde gehabt, beziehungsweise wir haben sie verpasst. Kramurx, immer noch richtig toll. Zubiris, ja, kriegt er auch nochmal eine Megaentwicklung. Absol, wer noch keinen Shiny hat, ist eine gute Möglichkeit, das normale Makabaya ist hier zu sehen. Golbit, wer den Dex-Eintrag noch braucht von der Weiterentwicklung, ist ja auch eins, was halt seltener Spawn. Paragoni freuen sich viele vielleicht, dass das nützliches GBL-Pokémon ist und Irbis, seine verschiedenen Formen und Größen, möchte man vielleicht auch gern mitnehmen. Ich sehe aber kein schillerndes Gala Makabaya. Spezialforschung, geht's weiter. Assistent Professor Willow und Rie, ach, assistiert Professor Willow und Rie bei einer Spezialforschung rund um Halloween, um mehr über Makabaya und Gala Makabaya in Erfahrung zu bringen. Die Spezialforschung kann von Donnerstag, den 20. bis Dienstag, den 1. November, abgeholt werden. Die ist natürlich dann rechts in dem Spezialtab und kann jederzeit abgeschlossen werden und muss nicht während des Events. Ihr müsst sie nur da abholen, wie hier steht. Die andere müsst ihr aber, diese befristete, die müsst ihr vor dem ersten abschließen. Also bringt das nicht durcheinander. Alles, was links steht, hat Priorität. Bei euren Tabs, im Heute-Tab, alles, was rechts steht, habt ihr ewig Zeit. Ah ja, und hier fällt's mir sofort auf. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Eiern. Zudem könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden FM in Pokémon GO begegnen. Es besteht eine erhöhte Chance, dass ein schillerndes FM aus den Eiern springt. Makabaya, Shiny, Gala Makabaya, Shiny, aha, den, den ich oben gesucht hab, der ist also hier in Eiern. Genial. Nicht, weil du kannst, wenn du keine Freunde hast und die keine Geschenke schicken, gar keine 7 Kilometer Eier bekommen, selbst wenn du Freunde hast, du bist total wieder reduziert, du kannst dann nur 30 am Tag öffnen, Geschenke, kriegst aus den 30 Geschenken nicht mal garantiert 7 Kilometer Eier, kriegst vielleicht von 30 Geschenken 10 Eier, wenn es schlecht läuft, hast also 10 Mal die Chance am Tag zu brüten, in der Hoffnung auf Gala Makabaya, Shiny, hast aber zusätzlich das normale Makabaya, Paragoni, Goldwit und FM drin. Aber okay, das Brüten würde sich jetzt lohnen, wenn sowieso FM und Gala Makabaya drin sind. Manchmal haben wir auch so viel Pech, dass sie sogar neben diesen Event-Pokémon auch noch andere Pokémon drin haben, die sie nicht aufzeigen. Also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist auch in meinen Augen wieder so ein bisschen Geld ausgeben für Brutmaschinen, dann könnt ihr was machen. Warum haben sie Gala Makabaya oder zumindest ist FM eins dieser beiden nicht zu den wilden Pokémon mit reingesetzt. Eins vielleicht in Eier und eins wild, sie sind beide jetzt in Eiern. Updates zu Avatarartikeln. Für dieses Event haben wir die unheimliche Pose überarbeitet und durch eine schlurfende Vorwärtsbewegung ergänzt. Dieses Update gilt für zukünftige und vergangene Käufe der unheimlichen Pose. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Im Shop sind außerdem neue Avatarartikel erhältlich, die hervorragend zu Halloween passen. Zwirrklop, Mütze, Zwirrklop, Ganzkörper, Kostüm, Zubat, Haarschmuck. Ja, Haarschmuck sehe ich hier. Mütze sehe ich da. Rest ist das Mumiendings gehört zu Zwirrklop. Okay, rennt ihr jetzt als Mumie rum. Halloween-Deko. Für beide Teile des Halloween-Events verpassen wir Pokestops und Arenen eine farbenfrohe Halloween-Deko. Hoffentlich gefällt sie euch. Oh mein Gott. Ist das wirklich so, wie auf dem einen Bild mal gezeigt, dass plötzlich alles so orange ist und leuchtet? Das wäre natürlich cool. Das ging schon ewig mal rum, war aber alt. Jetzt kam das Screen wieder auf. Also sie wollen diesmal, es steht auch hier angekündigt da, dass es Halloween-Deko gibt. Sind wir mal gespannt. Lavantia-Musik, ein Remix der Musik aus Lavantia wird während des diesjährigen Halloween-Events nachts zu hören sein. Dreh die Musik im Spiel auf, um euch wie früher in Lavantia zu fühlen. Ihr könnt euch die Musik auch in diesem Video anhören. Und dann drehen alle durch. Ihr wisst Bescheid. Event-Boni. Doppelte Fang-Bomboms. Doppelte Schlüpf-Bomboms. Doppelte Verschickt-Bomboms. Trainer ab Level 31 erhalten garantierte XL-Bomboms für das Spazierengehen mit ihrem Kumpel. Also Bom-Bom-Boni immer korrekt. Dann kommt hier noch eine exklusive Attacke für Giratina in der Wandelform. Bin ich auch mal gespannt, wer noch Giratina braucht. Wandelform, die dicke mit Beinen. Schemenkraft. Giratina vom Donnerstag, 20.10 Uhr bis Dienstag, 1. November. Alle, die gefangen werden, beherrschen die Attacke Schemenkraft. Trainerkämpfe 120 Schaden. Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe 140 Schaden. Äh, joa, ist eine Geist-Attacke. Wirkt auf jeden Fall erstmal stark. Muss ich mal gucken. Ich hab meinen 100er, ob man die mit einer Top-Lade-TM dann noch umlernen kann oder mit einer ganz normalen. Aber wahrscheinlich eher Top-Lade-TM. Das wär noch genial. Generell Raid-Kämpfe in dieser Zeit. Raid-Kämpfe Stufe 1 Zubiris, Fililu, Makabaya, Gala Makabaya, Paragoni. Ah. Das ist auch schlau. Ihr müsst also gar nicht Gala Makabaya als Shiny-Brüten aus den 7 Kilometer Eiern. Ihr könnt auch einfach Gala Makabaya Shiny-Raids machen. Stufe 1 und Raid-Pässe kaufen. Ihr müsst keine Brutmaschinen kaufen. Ihr könnt auch Raid-Pässe kaufen. So einfach ist es. Aber trotzdem nicht in der Wildnis. Raids der Stufe 3 Gengar nach Tara trifft Seppli, Pion, Draghi. Meiner Meinung nach eigentlich nichts Interessantes dabei. Gengar vielleicht das Interessanteste, aber konnte man ja mal Mega-Gengar-Raids machen. Man kann Nebulak und Apollo Wild fangen, überall alles. Also da könnt ihr euch ein gutes sichern. Und für Shiny, naja. Raid-Kämpfe Stufe 5 Giratina haben wir da. Mega-Banett haben wir da. Mega-Banett wäre cool wieder einen Community-Raid zu machen natürlich. Und vielleicht Mega-Banett-Raids am ersten Tag, wo das kommt. Muss ich mal schauen. Gala Makabaya-Raids. Das ankurbeln. Lieber Giratina-Raids. Beides gleichzeitig mit Co-Hoster mal. Ich weiß nicht. Ich glaube Brüden wäre hier vielleicht trotzdem noch sinnvoller als Raiden, weil man ja die Chance auf Gala Makabaya und FM hat. Ansonsten Pokémon bei Feldforschungen Schubbe, Zwirlicht, Makabaya, Gala Makabaya, Waragoni. Okay. Also Mala Gala Makabaya auch in Feldforschungen. Aber FM weiterhin nur aus Eiern. Werdet ihr extra für FM 7 Kilometer Eier brüden? Schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem gibt es noch Mega-Energie für Absol und Gengar, wenn ihr bestimmte Aufgaben abschließt. Das ist eigentlich auch übersichtlich mit den Feldforschungen. Also hier könnte man wenigstens Makabaya rausziehen, ohne zu brüten, ohne zu raten, aber müsst ihr auch erst mal die entsprechende finden. Bisschen kompliziert. Ich hätte mir da wild gerne mehr erhofft. Gefühlt versteckt sich das trotzdem wieder hinter einer Paywall. Vielleicht habe ich auch nur dieses Gefühl und ihr seht das ganz anders. Wie findet ihr Teil 1 vom Halloween-Event? Auf was freut ihr euch? Zusammengefasst kann ich nochmal sagen, ich freue mich auf Mega Barnett. Neues Mega, was ich dann jeden Tag entwickeln kann. Fehlte Pokémon. Ja, da freue ich mich wahrscheinlich auf nichts. Ein paar 7 Kilometer Eierbrüten, wenn es sich gerade anbietet. Vielleicht, aber glaube ich eher nicht, weil wenn ich Geschenke mache, abends habe ich eh keine Eierplätze frei und dann reiße ich die einfach auf, so kriege ich gar keine 7er. Die zwei Forschungen werde ich mir vielleicht kaufen, weil ich mir eigentlich nicht immer alles kaufe, falls es irgendwas richtig Tolles gibt oder so, werdet ihr das sehen, neue Klamotten, okay. Halloween-Deko, bin ich gespannt, wie es aussieht. Giratina brauche ich ja nicht mehr, muss ich schauen, ob man die Attacke ändern kann. Und ansonsten vielleicht Shiny, gezielt Shiny Suche nach Galamacabaya in einer Raids, dafür setze ich ja immer die ganzen kleinen Accounts, dass die Coins haben und da vielleicht ein paar Galamacabaya Raids machen können. Nicht der Große, aber die Kleinen und ja, das war es eigentlich. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gefällt euch das Halloween-Event? Habt ihr Bock? Seid ihr in Stimmung? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, euer Ramses, euer Hannes und eure Genaya, genau. Und jetzt Kevin Steen weiter gucken.